Die dritte Staffel Monatsmaler ist jetzt vorbei und das bedeutet für uns, es ist endlich Pause angesagt, aber nicht für euch. Denn ich will dich. Du sollst jetzt für uns den Monatsmaler übernehmen. Und deswegen machen wir einen Aufruf für den großen Community Monatsmaler, den es eigentlich schon auch die letzten Jahre gab. Wobei der beim letzten Jahr irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Deswegen das Video hier. Du möchtest der Paint-O-Mansy-Community mal zeigen, was du am Pinsel so alles liefern kannst? Ja, dann mach doch einfach mit. Jetzt ist natürlich die Frage, ja okay René, aber wie kann ich da mitmachen? Das ist eigentlich super einfach. Ihr müsst nämlich einfach nur unserem Discord-Server joinen und da gibt es dann den freigeschalteten Community Monatsmaler-Channel. Ihr macht einfach nur ein Bild von eurem Monatsstil, das noch unbemalt ist, Freunde, und mit so einem kleinen Timestamp. Das heißt, ihr schreibt einfach einen Discord-Namen drauf oder irgendwie das Datum oder sonst irgendwas und schickt das Bild in den Chat. Bis zum 6. September um 23.59 Uhr habt ihr dann Zeit, euer Monatsstil zu bemalen. Solltet ihr nur so halbfertig geworden sein oder im besten Fall das Ganze sogar geschafft haben, dann macht ihr ein Foto davon und schickt das ebenfalls in den gleichen Channel mit einem kleinen Timestamp. Hier geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ihr die bestbemaltesten Modelle oder sowas zeigen sollt, sondern einfach nur coole Monatsziele. Wir werden einfach nur das nehmen, wo wir denken, ey, das ist witzig, das ist viel, das ist irgendwie super gut bemalt oder, ja, das ist einfach ein tolles Modell. Es kann also jeder mitmachen, unabhängig vom Skill-Level oder sonst irgendwas. Zu gewinnen gibt es eigentlich gar nichts, außer, dass wir halt euer Monatsziel dann in unserem Community Monatsmaler zeigen und vor allem, ey, ihr habt dann mehr bemalte Modelle. Wenn ihr nochmal Tipps braucht, wie man coole Fotos macht, dann schaut doch mal bei Rubens Fotoguide vorbei, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da zeigt er euch einerseits, wie er Fotos mit einer Kamera sehr gut macht, aber auch mit einem Handy. Also nochmal kurz zusammengefasst, schickt ein Foto von euren unbemalten Modellen in den Community Monatsmaler-Channel, malt die Sachen bis zum 6. September an und eventuell werdet ihr dann bei uns im Video gefeatured. Das war es dann auch schon mit der kleinen Ankündigung. Wir sehen uns. Ciao.